Wir sind der Doku-Workshop des Jugend-Medien-Camps 2016. Mein Name ist Andrian, ich bin 21 Jahre alt und ich habe den Bericht Dusche und die Konrad-Materne-Show gefilmt. Mein Name ist Kovinya, ich bin 15 Jahre alt und habe mit Andi zusammen den Duschfilm gedreht. Ich bin Colin, ich bin 17 Jahre alt und ich habe den Film Kunstpausen und was für den Doku-Film gemacht. Ich bin Raphael, 16 Jahre alt und habe mit Colin die Dokumentation Kurzfilm gemacht.